Okay, Leute, der L zurück mit einem neuen Teil von I'm Alive und wir stehen jetzt kurz wieder vor diesen Schweinebacken, die uns hier einen Hinterhalt gelegt haben. Und ich knipps gleich den Anführer aus, Leute. Ich sag's euch. So, Faxen-Dick. Ehe es mir zu bunt wird, ich sag's euch, wie es ist. Okay, ich hätte die da ins Loch schützen können. Ich wollte die ja eigentlich da hinten rein verfrachten. Aber so geht's auch. Scheint mal runter zu können. Hoffentlich springt da das letzte Stück. Mist. Ich brauch die Moon. Das ging erstaunlich gut. Ich hab mich da wirklich schon wesentlich schlechter angestellt gehabt. Okay, da geht's weiter. Dann gucken wir natürlich erstmal noch in die andere Richtung. Doch, ich lass dich sterben. Ich verschwende bestimmt keine Moon an dich, Sack. Überall bauen sie hier eben Fallen auf. Hinterhalte. Hinterhalte. Gehen wir nochmal irgendwas zu futtern. Ah, ein Schmerzmittel. Was ich auch gleich gerne mal nehme. Ach, ich mag das Spiel, Leute. Mir liegt die ganze Zeit so wohliger Schauer über den Rücken. Und für sowas bin ich zu begeistern. Sag ich, wie es ist. Kann man längst durch gut außer hier. Komm ich da rüber. Ja, es geht. Komm ich auch wieder auf. Geht auch. Drei Schuss Munition. Wir sind eine One-Man-Army. One and a half man. Naja, nee. Ist ja kein Man. Es gibt jetzt eine Wiederholung. Ich bin, wie es ist. 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 Was noch was ich sagen? Wenn die Schmerzmittel wiederum. Die Leute begannen, die von den Städten zu entfernen. Kleine Gruppen begannen, die sich zusammen verbunden haben, und sie suchen sicherliche Pläne, um zu schlafen. Und einige andere Leute waren komplett isoliert. Gangs begannen zu erscheinen. An diesem Punkt, konnten wir wissen, dass die Zivilisation, wie wir es wussten, alles weg war. Okay, sie scheint fertig zu sein. Dein Kind ist sehr süß. Danke dir wieder und gute Glück. Habe ich mal gespannt, wie du da rauskommen möchtest, Mädel. Aber, naja, soll nicht unsere Sorge sein. Kommen wir hier weiter irgendwie? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich sehe nämlich hier irgendwo nirgends was, wo wir hier weiterkommen. Hä? Ah. Mei. Tell me about Henry. Henry's a nice man. He was friends with my mommy before Stoke got so broken. She helped him when he got hurt. She helped him? How? Mommy worked at the hospital. She helped all sorts of people when they got hurt. But she always helped me first. Okay. Autobahntunnel, wie es ausschaut. Ich muss mich selber mal orientieren. Ach, wir sind mehr oder weniger schon in dem Gebäude, wo wir hinwollen. Allerdings sieht es mir hier schwer danach aus, als ob hier noch unten irgendwelche Banden leben könnten. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, da scheint es, weiterzugehen. Okay, hier unten scheint es tatsächlich friedlich zu sein. Gut, dann benutzen wir doch mal den Fahrstuhl. Hoffentlich funktioniert der. Läuft gar nicht schlecht, die letzten Parts. Das ist klar, jetzt den kleinen Fail abgesehen bei dem Hinterhalt im U-Bahn-Tunnel, wo die sich totgestellt haben. Aber im Großen und Ganzen läuft das Spiel um einiges besser, als ich gedacht hätte. Und das macht mir immer noch Spaß. Ja, wir sind hier. As promised. Man, so am I. Your stuff is on the table behind you. Is May going to be okay here? Where's her mother? I don't know. I wish I did. Anyway, thanks for your help. You're free to go. Alright, May. Looks like I have to go. Can you give me my toy back? Look, you sure she's gonna be okay? She just lost her mother. Well, actually, there is something else you can do. We need you to get something for us. Get something? A radio transmitter. A radio transmitter? Why can't you get it yourself? Isn't that pretty? Henry! Henry! Because I can't. Das war mal keine dumme Ausrede. Au ja. A hunter's bow. Worth a try. I don't know how to... I can't wait. Ich weiß nicht, wie lange Last of Us in der Entwicklung war, aber ich habe immer so das Gefühl, dass das hier eigentlich so doch eher schon fast sowas wie die Inspiration dazu war. Wir schauen jetzt natürlich vorher hier nochmal ordentlich um. Klar, ich probiere jetzt schon wie Bolle, dass ich den Bogen eingesammelt habe, dass ich den gefunden habe. Er lag ja offensichtlich rum, also das ist jetzt auch wieder nicht, aber ein bisschen mehr Zeug. Na kommt, seid nicht so geizig. Ich kann hier übrigens nicht rennen. Nein, um Gottes Willen. Aber der hat scheinbar hier nichts weiter. Nein. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, raus. Und da haben wir doch noch was gefunden. Einmal Trinklösung. Ah, schön. Nun gut. Ein bisschen trainieren. Dann muss man wahrscheinlich doch zum Fahrstuhl wieder. Das leuchtet ja auch sehr, sehr, sehr auffällig. Und jetzt haben wir halt eine Waffe mit eigentlich unendlich Munition, insofern wir die Pfeile wiederfinden. Die in dem Spiel halt wirklich selten sind. Ach, schön. Ich freue mich, Leute. Das Spiel macht Spaß. Ach, gleich direkt in den Staub. Ihr seid nett. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ach, hier geht's noch. Okay. Da dürfen wir hin. Gut. Das ist doch dieser Unschärfe-Effekt durch den Staub. Den finde ich eigentlich recht gelungen. Ja, 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 Karte aktualisiert. Das weiß ich doch schon. Jetzt wird mal wieder versuchen, irgendwie über den Staub zu kommen. Erstmal geht's hier zumindest raus. Ich weiß, ich gehe in sehr in Ruhe spazieren und die Energie geht immer weiter runter. Ich glaube, wir stehen ressourcentechnisch nicht so verkehrt da. Da kann man uns auch mal ein bisschen umsehen. Ah, das sehe ich jetzt erst. Wir haben nur noch einen Kletterhaken. Das ist natürlich ein bisschen dürftig. Könntest du bitte mal hochklettern? Dankeschön. Ach, das ist immer noch leider die Höhe, wo der Staub uns zu schaffen macht. Jetzt ist es vorbei. Sehr schön. Gut. Dann können wir uns hier jetzt mal noch auf der Karte orientieren. Das ist jetzt, glaube ich, nicht der eigentliche Weg. Aber ich finde, alleine durch den Kletterhaken hat sich das schon wieder gelohnt. Und wie es weitergeht, Leute, sehen wir dann im nächsten Part. Ich sage dann mal Tschau, Leute. Ich bin der El, ich bin der El, ich bin raus. Bye.